Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Starbound. Jawohl, ja. Wir sind im Raumschiff, wir haben ein bisschen Holz mitgenommen. Genau. Den Großteil haben wir aber zurückgelassen. Ja. Weil der Planet war ein Arsch. Ein Arschloch. Ein einziges Arschloch. Wir haben 98 Fuel. Oh Gott, komm da nirgendwo hin. Zur Tank gekommen. Also aus diesem Sternensystem raus, ja? Ja, ganz weit weg von hier, bitte. Was haben wir denn hier? Alpha Delta Orb. Nee, C-R-B. Alpha Delta C-R-B. Zumindest nicht wieder auf Kaja Fiala Jöckel da hier. Deshalb war das so. Ach so, ja. Was haben wir denn hier? Alpha Omega CMA27. Das klingt doch sympathisch. Biom Mond. Wollen wir auf den Mond landen? Das ist klein, aber wahrscheinlich. In der Wüste, das wäre viel... Das wäre auch mal cool, ne? Das wäre viel Sand. Ja. Wäre mal so Beduinen. Genau. Ah, nee, da kommen wir nicht hin. Das ist zu weit weg. Naja. Ist wahrscheinlich das im Hintergrund, das Große. Alpha Maya. Biene Maya. Ja. Maya. Maya. Ach so, Desert ist immer der, der nah an der Sonne ist, oder was? Nee. Can't land. Biom Snow. Nee. Wo wollen wir auf dem Asteroidenfeld landen? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ach so, man sieht jetzt auch, dass da ein Asteroiden... Dann gehen wir mal gucken, ob ich hier hinkomme. Nö. Wir kommen wahrscheinlich nirgendwo hin. Da können wir nirgendwo landen. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir auf dem Planeten runter und Kohle holen. Ja. Schauen wir mal hier. Ja. Da komme ich auch nicht hin. Ich würde auch gerne sehen, wie viel Strom man denn verbraucht. Das war doch sonst immer einer, oder nicht? Ja, eigentlich war... Wahrscheinlich wurde es auch gepatcht. Ja. Es konnte ja nicht richtig sein, mit einem überall hin. Nee. Also aus dem Kaffa de Mallorca raus hier. Riegel. Nee, wir müssen Kohle holen. Es tut mir leid. Ja, geil. Also nochmal runter. Aber ist ja egal. Da können wir auch noch sonst Sachen looten vielleicht. Vielleicht finden wir noch Dörfer oder so. Ja, das haben wir übrig gelassen. Das hinterlassen wir diesem Planeten. Aber gut, dass es direkt am Startgebiet ist. Weil wenn wir irgendwann mal zurückkehren... Ich habe keine Fackeln. Warte. Ich müsste welche haben. Jetzt Inventar aufräumen war jetzt auch sehr sinnvoll. Weil jetzt alles wieder voll ist. Gehst du einfach da quer runter? Ja, habe ich jetzt gedacht. Aber ich sehe da links schon Kohle. Das ist gut. Und ich muss das erstmal tatsächlich am Tag... Nicht am Tag. Über Tage praktisch. Ja gut, ohne Fackeln ist natürlich sonst doof. Ja. Hier ist ein bisschen Kohle. Hast du denn Fackeln? Ich habe noch sechs, ja. Ich gehe mal da runter, wo du auch lang bist. Als kann ich die Kohle nicht aufsammeln. Warte. Zupp. Ja, danke. Ich schmeiß mal was weg hier. Gehst du hier weiter runter, oder? Nee, das Wasser. Das ist doof. Und wieder beginnen wir von neu. Aber dann erleben wir mal wenigstens was, ohne dass wir Quests haben. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage. Ja, genau. Stimmt. Hier gibt es so viele Bäume, ey. Das wäre so ein super Planet geworden. Man kann sich doch Kohle irgendwie durch Holz machen, oder? Aber wie? Wir setzen uns einfach drauf. Ach, guck mal. Hier ist Kohle. Oh ja, schön. Nimm mit. Sehr gut. Hier ist ein Haus. Wir haben schon drei Kohle. Guten Tag. Hier könnte man ein Haus bauen. Greenfinger say be nice to pitiful species. Ich glaube, mittlerweile sind die sogar böse teilweise, ne? Wenn man denen was klaut. Okay. Hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wer hat das denn gesungen? Weiß ich nicht. Turbinator. Ja, hier wird es keine Kohle geben. Ah, leave this place. Okay, ich gehe ja schon. Mach dir Putze zu. Nein. Kann man den nicht töten? Doch. Ja. Bombs. Okay, dann würde ich sagen, wir graben uns einfach mal irgendwo runter. Ja, aber wenn wir keine Fackeln haben? Ich habe sechs Fackeln. Du hast Kohle. Oh, da ist Kohle. Da ist Kohle. Du hast da auch Kohle. Dann kannst du auch wieder neue Fackeln machen. Mit der Kohle. Ja, hier ist ein ganz großes Kohleflöte. Guck mal. Hm, gleich ist abgebaut. Ja, aber dann haben wir zumindest... Guck mal, das geht weiter. Das geht immer weiter. Das hört ja nicht auf. Und da unten ist ein Tempel. Ach, der schon wieder. Just passing through. Oh, da sind böse Mobs. Hm. 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 Ich habe aber kein Holz für Fackeln. Wie, du hast eben so viel Holz abgebaut. Ja, aber das war ja schon... Ach so. Stimmt. ...verarbeitet. Ah, ich kann 15 Torches gerade mal machen. Mache ich auch mal. Ah. Vielleicht graben wir uns am Tempel vorbei, oder? Ah, ich glaube, der ist sehr breit. Aber okay. Wir haben ja relativ flotte Hacken hier. Flotte Hacken? Ja. Unter den Schuhen? Ja. Oh. Ja, wir werden hier lang gleiten einfach. So grazil wie eine Gazelle, oder wie heißt das Ziel mit dem Rüssel? Ah, ha, ha. Ah, ha. Au. Ey, pass mal auf, Penner. Aber nicht. So fressig. Ja, du hast eine schnelle Hacke. Ich habe so eine Silber halt, ne? Okay. Du hast da nur eine unter mir. Ja. So, hier können wir nach unten, glaube ich. Ja, gut. Wie das so aussieht. Vielleicht machst du mal Licht? Ja. Damit wir rechts und links gar nichts sehen. Juhu, hier ist irgendein Silber oder so. Was? Kann ich nicht aufnehmen. Ja, komm. Ich auch nicht. Alter, ey. Ist das ein Scheiß? Ich habe jetzt die Schneebälle weggeworfen. Ja, gut. Die braucht man auch eher selten. Oh, Kohle. Sehr gut. Sehr gut. So. Jedes Stückchen brauchen wir. Und wir haben Glück hier, glaube ich, wo wir gerade uns lang klabustern hier. Hier sind einige Stückchen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube, diesen Mud ist auch neu. Oder wir waren halt auf keinem Planeten, wo es diesen Dreckmutsch gab. Ja, das kann, das glaube ich eher, ehrlich gesagt. Weil, warum soll Mud neu sein? Ja, weiß ich nicht. Oder? Ja, wobei Beta, ne? Da kann ja alles neu sein. Na eben. Was hattest du denn da? Oh. Okay, ich höre schon auf. Ich grabe ja schon mit. Ein bisschen Atmosphäre schaffen, ja? Ja, ich wollte dich motivieren fürs Weitergraben. Das war die Mondlichtsonate. Ah. Holzkohle. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie man aus Holzkohle macht. Wahrscheinlich geht das nur mit unrefined Wood und da haben wir kaum was von. Ja, ich denke, das geht nur damit, oder? Wahrscheinlich. Dann kommen wir eigentlich später wieder hoch. Zur Not, indem wir sterben. Na gut. Komm, wir graben uns einfach mal nach unten jetzt. Ja. Ich mach mal trotzdem nochmal Licht. Da, Kohle! Cola! Die steht hier auch, ja? Kohle, rechts! Was meinst du? Wie viel Kohle brauchen wir? Tja. Weiß ich nicht. 100? Aua. Warte mal. Wie viel hab ich denn jetzt? Äh. 64 hab ich. Immerhin. Und irgendwie 98 sind schon drin. Wir haben versucht, dass wir auf 200 kommen. Ja. Ich denke, das sollte dann auch reichen. Ja. Aber das ist eine gute Idee mit der Taschenlampe. War toll, dass man durch den Fels damit leuchten kann. Ja, logisch. Ach, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee. Mach mal aus, die Fackel. Ach so, ich hab grad hinten durch den Fels gegraben. Ach so. Ja, wenn wir noch einigermaßen überödisch wären, dann würde man jetzt noch was sehen. Ah! Ah! Okay, hier, wenn hier Kohle ist, dann haben wir es ja schnell geerntet. Ja. Aber hier ist natürlich keine Kohle. Wär ja zu schön. Um wahr zu sein, ja. Was ist das denn? Da ist sehr viel Bronze. Kupfer. Mein ich ja. Da ist Kohle, Kohle, Kohle. Sehr gut. Komm her, Kohle. Wir scheffeln hier Kohle wie Sau. Haha, wir sind Let's Player. Da ist doch auch Kohle. Ja, zwei. Ne, ist gar keine Kohle. Dürfte Eisen sein. Aber wir haben ja keinen Eisenmangel. Ne. Wir haben Kohlemangel. Komm spring, du Sau. Rums. Geil. Ja, Mr. Merk. Mr. Weapon hier, ey. Toll, hier ist Gold. Bei mir auch keine Ahnung, was das ist. Ich, äh. Hau hier alles weg jetzt. So. Oh, Kohle. War das überhaupt Kohle jetzt? Was passiert denn da unten eigentlich? Ich hab hier mal ein bisschen weggegraben. Von dem Gravel. Da ist Kohle. Die ich nicht aufnehmen kann. Komm und hol sie dir. Oh, come on. Oder ich mach mal Platz. Was kann ich denn noch wegschmeißen? Ich schmeiß mal so ein Stimpack weg. Jetzt hab ich Kohle aufgenommen. Wunderbar. Jetzt hab ich Platz für Kohle. New Blueprint available. What? Warum das denn? Weiß ich nicht. Stand da gerade. Warte, warte, warte. Wo bist du? Ach da. Warte, warte. Roms. Naja. Ah. Das war eben cooler. Ja. So. Wöp, 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 wöp. Wöp, 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 wöp. Da links. Da fleutert gerade. Nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Da wird sich schlecht. Alter. Wo kommt denn hier alles runter? Jetzt hat er Hunger. Jetzt hat er Hunger, ey. Weißt du? Wer? Mein Paul. Paul heißt er und Hunger hat er. Da oben kommen so ein Pixeln. Oh. Äh. Das macht schon Spaß, ne? Ja. Kann man nix sagen. Wie im Wellebad. Im Wellebad? Im Wellebad? Was? Im, im, im. Hier, weißt du? Wellebad. Doppel B. Im Wellebad. Genau. Das heißt genau so. Oh, Achtung. Ja. Oh. Guten Tag. Die sind freundlich. Das ist gut. Das ist ein Versicherungsvertreter hier. Ah. Kohle. Kohle. Copper. Viel. Brauchen wir nicht. Sag das nicht, äh, zu laut. Brauchen wir nicht. Oh, oh. Kann ich doch keine Kohle mehr sammeln. Was soll das denn? Ist auf jeden Fall prackt. Oh, da kommt Kohle geregelt. Ja, irgendwie nimmt er die nicht mehr auf. Uh. Warum nicht? Immer wenn ich was wegschmeiße, nimmt er ein paar neue Kohle auf. Aber das deckt doch alles bis zu 1000. Ja, eben. Ich such die gerade mal in meinem Inventar. Aber ich finde sie nicht. Diamant, 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 Diamant. Du-dum-dum-dum. Wo ist denn die Kohle in meinem Inventar? Zeig da mal auf dem Bildschirm, liebe Zuschauer. Wo ist denn die Kohle in meinem Inventar? Ist die hier oben drin? Nee. Alter, was ist das denn hier alles? Ich seh die nicht. Ist ja sehr seltsam. Da, jetzt habe ich drei Kohle. Jetzt weiß ich auch, wo sie sind. Gucken, ob sie... Ich habe 98. Das ist gut. Dann können wir eigentlich gleich wieder nach oben. Mal eben schnell. Das sagst du jetzt. Kohle. Ah! Ah! Im Flug hier abhacken, ey. Was ist das denn da? Das ist bestimmt Säure oder so. Das würde ich nicht... Aber hier ist ganz viel Kohle. Würde ich nicht angraben. Warte, warte, warte. Ich mache es uns einfacher. Warte mal. Und zwar lasse ich mal das Wasser hier nach links ab. Ja, das ist mal eine Idee. Der hat da mal eine Idee gehabt, du. Das ist mal ein Plan, ne? Das ist mal ein Plan, ne? So. Jetzt gucken wir, wie viel wir nach oben kommen. Könnten wir so tücheln. Ich weiß doch was. Was denn? Geronimo! Ah, eine schöne Giftdusche am Morgen. Ey, das verteilt sich... Boah, das ist ja krass. Das vermischt sich mit Wasser, wenn das unter Wasser kommt. Cool, ich bin tot. Ich lebe noch. Das läuft langsam ins Wasser. Das ist ja krass. Das ist echt cool. Wenn es jetzt langsam vermischt ist, ja... Jaja. Wow. Ich bin jetzt ein ganzes Stück unter Wasser und dann... vermengt sich das da oben und stabilisiert sich gerade irgendwie auf einem Level. Das ist ja krass. Ja, komm, ich schwirr mal rein. Und gebe mich dem Tode hin. Ja. Na komm, stirb jetzt. Es dauert ein bisschen. Zupp. So. Mit meiner Kohle haben wir jetzt 156. Nicht dein Schiff betanken, bitte. Ach, scheiße. Ey, verarsch mich nicht. Ne, hab ich jetzt... Was? Ja, ohne Scheiß. Na... Warte. Ich hab nichts mehr. Ey, du verarschst mich. Nein. Wie viel ist denn drin bei dir jetzt? Hüsseme. Hüsseme? Danke. Du Assi, ey. So. Mann, ey. Waren wir zu Biene Maja? Ja. Ist bestimmt voll scheiße, aber geh mal hin. So, wir können fahren. Wie viel haben wir denn noch? 166. 166, ja. 166, ja. Meine Spitzhacke ist gleich im Eimer. Die kannst du reparieren. Wenn ich sie jetzt... Echt? Mhm. Perfekt. Wie denn? Mit einem Erz. Nee, nee. Einfach nur ein Erz. Irgendein Erz. Rechtsklick darauf. So sollte es eigentlich sein. Ist das so? Kannst du ein Billigerz nehmen? Nimm einen Kupfer oder so. Das soll doch... Das kann doch nicht gehen. So habe ich es in Kommentaren unter anderen Videos gelesen. Ich habe gar kein... Das ist kein Erz. Du hast da eben Kupfer und Eisen und so. Ah, doch da, ja. Auf die Spitzhacke? Ja. Hm, klappt. Total gut. Nee, klappt tatsächlich. Krass. Ja, siehste. Dann mache ich das auch mal. Aber man braucht ein paar, also nicht eins. So, jetzt ist meine wieder ganz. Ah, ja, stimmt. Ja. So, wie eine Maya. Ach, du Scheiße. Na dann. Mal runter. Hui. Ich, äh. Ja. Hallo. Hier ist bestimmt noch nie kalt. Lass'n du da vor dir schweben. Was denn? Alter Jedi, ey. Nö. Warum greifst du das mich denn nicht an und dich schon? Es hat was gegen Paul. Achso. Oh, hier ist direkt ganz oben Zeugs. Ja. Was ich nicht einsammeln kann, weil mein Inventar voll ist. Komm, wir brauchen, wir brauchen eine Hütte. Wollen wir direkt hier am Start bauen? Ja, bitte. Okay. Ähm. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert gerade, muss ich dazu geben. Vielleicht hier oben. Oder? Oder doch da unten. Achso, ich hab ein volles Inventar wieder. Eben, ich auch. Deswegen, da sagte ich ja... Jetzt hab ich den Flair geworfen. Huch. Airstrike. Airstrike? Ich dachte jetzt so an GTA. Aua. Achso. Ich bin explodiert. Jetzt die Frage hier oben auf dem Berg? Ja, oder? Rechts haben wir Bäume. Ja, dann ebnen wir das nochmal ein. Wow. Was mit Sand immer sehr gut geht. Ja, toll. Ich hab hier den normalen Sand. Ach, der Hintergrundsand, der fliegt nicht so weg. Okay. Schade. Ja. Wie tief machen wir das jetzt? Auf eine Ebene? Okay, wir müssen es relativ tief machen, weil... Der Sand. Ja. Ja. Machen wir den Sand komplett weg. Ich baue auf der schon mal... Auf der Seite schon mal den normalen Sand weg. Ja. Wir wollen ja unser Haus nicht auf Sand bauen. Genau. Schade eigentlich, dass wir jetzt nicht auf einen schönen, begrünten... Bewohnten vor allen Planeten kommen. Vielleicht ist der ja auch bewohnt. Meinst du? Kann doch sein. Kann doch sein. Stimmt. Ich glaube, für nicht auf Sand bauen haben wir den falschen Planeten. Ja, wir machen uns so ein bisschen Fundament. Ja. Ich guck mal gerade im Inventar, ob ich irgendwas wegschmeißen kann hier, was mich extrem nervt. Alter, was sind das hier denn für Kacksteine? Oh. Schwer abzubauen, ne? Ja. Oh, Tatsache. Cobblestone. Super. Ihr seht, es sind keine leichten Bedingungen, die wir hier haben. Und ich denke, ihr werdet erst nächste Folge sehen, wie es weitergeht. Oh ja, stimmt. Jetzt habe ich die Zeit aus den Augen verloren. Aber in der nächsten Folge werdet ihr es sehen. Vielleicht nehmen wir einfach die Höhe hier. Zack. Haben wir ein Haus. Meins. Ach, wir müssen den Hintergrund ja auch noch... Aha. Ja. Aha. Achso, wir wollen den so lassen, aber nee. Ja, dann würde ich sagen... Hallo? 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 Hörst du mich wieder? Ja. Was heißt wieder? Ich, äh... Du klingst gerade so ein bisschen robotermäßig. Piep, 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 piep. Und, äh... Warst kurz weg, habe ich das Gefühl gehabt. Achso, nee. Ich war da die ganze Zeit. Okay. Achso. Müssen trotzdem jetzt aufhören. Du willst aufhören, ja, ich verstehe. Okay. Ja, in der nächsten Folge bauen wir unsere neue Hütte auf diesem Wüstenplaneten. Auf diesem Wüstenplaneten. Und, äh... Ja, ich hoffe... Ich habe gerade meine Aufnahme schon abgebrochen und direkt wieder gestartet. Okay. Muss ich ranschnippeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Äh, macht's gut. Und ich hoffe, ihr habt viel Freude. Freunde, macht's gut. Tschüsschen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.